ein kracht talent heilung level 3 okay das geht auf jeden fall erst mal noch wir haben schon richtig massen mp du hast es da glaube ich auch noch gelernt nichts da rein speichern epische orgelmusik was geht hier ab roboter bleibt sofort stehen feinde der garde sieht seit ruhig die maschinen dann sterbt noch mehr gegner rechte feuer rechte wasser das viel okay das sieht das ist auch aus wie die dingen wie hier der entkampf von im store und so also von daher hier ist aber nicht mehr die 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 das ihre und schutz speichern Und weiter geht's. Wie viele Bossoren eigentlich noch kommen? Äh, aha. Wo sind wir denn jetzt? Warum sind jetzt so viele Heiddinger? Mit diesen Punkten kann man auch wieder zur Ruhe. Sollen wir? Nee, also hier ist der neue Point of No Return ohne weh. Hm. Ich spüre riesige Kraft aus dem Gehen. Also ist das hier der Point of No Return. Ja. Diese Aura, diese Stärke. Ihr habt ein unglaubliches Level erreicht. Level 50 Max Level. Ja, und wir machen dich fertig. Ich habe die Macht der Quelle Harg und Dust. Ihr seid meine treuen Diener. Erfahrt als erstes die Macht und werdet Gottes neue Engel. Wo sind sie? Greift jetzt an. Gott Drachen. Mhm. Okay. Ist mir doch egal. Was sind die Stauzeiten? Auch nicht mehr als die Roboter. Die Kraft hat nicht gereicht. Egal, ich werde die Quelle betreten und einzehren mit ihr. In die Quelle ist da einfach noch eine Welt. Wir müssen ihm nach. Ist doch klar, oder? Auf jeden Fall müssen wir hier nach. Was sind wir denn jetzt schon wieder? Ist das jetzt der Final Dungeon endlich mal? Äh. Aha. Ist das jetzt endlich mal der Final Dungeon? Spiel Raphael war viel stärker. Dosten gehen? Ja. Ihr seid mir also gefolgt. Aber dieses Mal in der Welt. Baum. Vernichte sie. Bis Wurzel erscheint. Ähm. Wie viele Bosse müssten wir eigentlich noch entgegen schmeißen? Spiel. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. In drei Stunden Spiel soll das reichen mit Trash. Ah. Der hätte jetzt noch mal aus als die Blumen. Ach nee, doch nicht. Okay. Und Schüss. Haha. Es gibt nur 1000 mehr als die Roboter und als die anderen Viecher. Ihr seid gut. Aber das wird langen. Äh. Ich werde immer mächtiger. Niemand kann mich mehr aufhalten. Stammherrscher. Soll es in der Anspielung an Final Fantasy 6 sein? Ist das eine Anspielung an Final Fantasy 6? Wo man da auch diese, 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 da hochkraxelt, diesen Turm oder so? Ich kann mich nicht, ich nicht irgendwas erinnern. Ich hab's nie gespielt. Also ich kann's nicht sagen, ob das so ist. Und ich hab jetzt echt keinen Bock mehr gegen die zu kämpfen. Und daher. Sorry, dass ich mich hier durchschiede, aber ich hab kein Bock mehr auf das Spiel. Spiel die Reihen nur so schön wie möglich beenden. Haha. Dieser Wille. Diese Kraft. Macht nur weiter so. Hier endet euer Weg. Spitze erscheint. Mhm. Okay. Du 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 du. Du 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 du. Final Fantasy 6 Preise. Von den ähm. Von den Viechern da. Du 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 du. Und tschüss. Schon wieder habt ihr gewonnen. Aber ich bin eins mit der Quelle. Ich bin Gott. Raphael absolut erscheint. Raphael absolut erscheint. Anspielung an Genova absolut ist noch nicht so. Alter. Das ist ja auch. Komisch aus das Spiel. Okay. Dann würd ich mal sagen. Den Kampf mach mal nochmal nochmal ne Mal. Weil es gleich der letzte Kampf ist. Und daher. Bäm. 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 Oh. Hier wie die Musik. Ähm. Das bringt eigentlich nichts mehr. Das Spam. Einfach nur die Sachen Spam hier. Und daher. Oh. Das macht sogar Schaden. Bumm. Ah. Geil. Du 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 du. Und der bestimmt auch um SP. Das ist aber Licht. Auch. 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 Ähm. Ja doch. Und die. Und bei dir. Was hat die Mähne. Der meistens Schaden gemacht hat. Von daher. Du 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 du. Mh. Oh. Der macht sogar nicht ganz so viel Schaden wie bei einem anderen Vieh. Okay. Ähm. Heim euch noch nicht. Von daher. Oh man. Das macht doch ganz viel Schaden komisch. Komisch. Komisch eingestellt wahrscheinlich. Ähm. Du weißt einfach mal. Ehm. Daher. Ehm. Daher. Bumm. 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 das ist einfach ja du hast doch genug mp du musst einfach mal ausgeben daher sind auch in der ordnung glaube ich so einigermaßen von daher du brauchst auch noch mp als habe ich einen falschen benutzen na egal jetzt werde ich meine heilung kurz angesagt drei und die noch gleich macht er irgendwas anderes mehr schaden weiß ich nicht mehr schaden bei ihm wäre ja komisch aber nun wird absolut nicht das macht absolut keinen schaden in dem vergleich mit dem andere macht das absolut keinen schaden und daher quali wasser auf all gegner stecker als regen ich weiß ich nicht was sie das stärkste ist bei ihr und die macht auch nie also für schaden klappt sturm durch das probieren wo er ist tot sehr gut mein körper die quelle meine kraft ich verliere die kontrolle das ist jetzt die quelle kollabiert wir wissen weg wartet ich versuche ein teleport teleport schafft wir sind in der stadt wir haben ihn besiegt und da ist die quelle nicht mehr gibt wert wird das böse nie wieder so mächtig ja alles wird gut wir haben gewonnen endlich frieden nachher nicht bin gott ich kann nicht besiegt werden das kann doch nicht wahr sein wieso hört es nicht auf ich werde ich persönlich töten dann sind die menschen an der reihe du wahnsinniger zeigt dich wie du willst was soll das alles sein nur wohl nur nun wo ich gott bin werde ich euch alles ernst alles wenn ich euch als erstes töten töten pass auf das echt stark seht was es bedeutet gegen gott zu kämpfen auch war dort auf er erscheint okay wieder selber taktik noch was beim unter wie ich habe keine ahnung wie stark ist das wird lustig habe ich da nicht auf achtet darauf achten können wie viel schaden sie macht darum dienst glaube ich doch das stärkste was sie hat momentan von daher wir sind immer noch schnell ist er wie geil einfach mal hier wieder wollen wir mit angel spielt irgendwie bei jedem händen kommt ein alt gemacht spielt und mit angel seht den kannst was hat er gar nicht so viel schaden gemacht fick dich alter nee dann dann halten wir mal eben kurz gegen ja das wird ja lustig ey oh man jetzt das macht ja allermaßen schaden eigentlich ja ein bisschen schade dass sich der typ raphael heißt ne also wie der raphael in 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 die greifung die spinne das ist mir erst jetzt aufgefallen ja beim einkampf ich bin sehr intelligent naja der hält auch viel zu viel aus mal das sind fünf und die ist ein starker machen das ist anders das ist einfach nur beim vielleicht müssen die peter hat und dann ist was der kann sagt bloß nicht der kann insta töten oder so willst du mich verkack eiern der kann es da töten und dann ist das ich ja echt wüsste was hier stärkste was mehr schaden macht das und dienen aber bei ihr scheint es nichts nicht zu geben habe ich das gefühl oh man von daher spams einfach weiter und dienen was auch wenn die anderen viel zu lange dauert danos immer gering resol ist es aber hier ist es nicht müssen sehr lange convergence お願いします wollen die 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 SeGEIN KANKS-Gottes, ja, ja, ja. So-notalig halt. Du-du-du-du.... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Wir sind immer sowieso alle vor einem dran, von daher. Und ihr solltet mir aber einmal heilen hier. So, ein Item. Er ist tot! Ja! Du Blödmann, du! Endlich! Nein! Ihr habt ihn besiegt. Sehr gut. Ihr habt die Welten, nein, alle Welten gerettet. Was ist mit der Quelle? Sie ist englisch versiegt. Könnten wir dann jetzt heim? Leon, Gina, ich kann direkt heimbringen. Wollt ihr das? Passt so schnell, aber ich würde schon gerne. Geht ruhig. Ich mag eh keine langen Abschiede. Wir sehen uns dann bestimmt wieder. Luna, um deine Welt ist eine Sperre, du musst hierbleiben. Das macht nichts. Ich bleib erkennend. Okay, seid ihr bereit? Dann bleibt uns nur noch ein Wiedersehen. Ja, wir sehen uns. Und so endet es. Wieso habe ich das Gefühl, dass das erste Anfang ist? Ende 2 von 2. Ich bedanke mich bei einer Wege Make-up La. Äh. Äh. Was? Was ist mit Ende? Würdest du das bitte? Ja, Leute. Okay. Das war alles, der macht Nio. Ich schlossen. Scheiß. Und guck, wie ich gebraucht habe, dann mache ich jetzt nochmal die Bewertung fertig. Äh. Auch wenn ich mich durchgeschüttet habe, aber... Ja. Was soll's? Scheiß drauf. Ich bin froh. Die Spiele sind irgendwie... Die ersten drei sind irgendwie immer ein dasselbe. Irgendwie die Story bisher, die hat sich nicht von sich vom zweiten Teil unterschieden, habe ich jetzt gemerkt irgendwie. Das ist... Äh. Naja. Wir sehen uns dann. Heute Bewertung wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.